Piranha Bytes Und Jowood Präsentieren Den Gothic 3 Community Patch Nein, den präsentieren sie nicht, aber sie präsentieren Gothic 3, ja genau, das Spiel endlich mal Endlich ist es soweit, ich starte nun endlich mit dem Gothic 3 Let's Play Ich habe ja schon Gothic 1 und Gothic 2 Let's Play Gothic 1 war mein erstes Let's Play, das heißt die Leute, die sozusagen bisher nur meine Gothic Let's Plays gesehen haben Oder die ganzen Gothic Folgen werden eine relativ starke Veränderung, wie ich mal feststellen Von meinem Gothic 1 Let's Play, also meiner allerersten Aufnahme überhaupt Zu meinen jetzigen Aufnahmen, jetzt quatsche ich noch mehr Das mag man kaum glauben, wird wahrscheinlich auch noch schneller Und ich sammle euch die ganze Zeit zu jetzt Und ich werde dafür auch relativ viel Zeit haben Deswegen will ich euch hier auch noch nicht wesentlich länger jetzt in diesen Screen, diesen Anfangsscreen aufhalten Sondern startet euch ein neues Spiel Möchten sie wirklich ein neues Spiel mit alternativen Balancing und der CM 2.6.1 anfangen? Ja, das werde ich tun Und da der Aufnahmebildschirm jetzt etwas länger ist Der Ladebildschirm, will ich euch ganz kurz erzählen, was die CM 2.6.1 Das bedeutet, das ist nämlich der Content Mod 2.6.1 Der überraschenderweise relativ viel Content bietet, der im Spiel normalerweise nicht vorhanden ist Ebenso habe ich einen relativ großen Patch installiert Den Community Patch 1.75.14 Der Größere Fehler im Spiel Behebt und auch einiges anderes verändert Und dann habe ich noch etwas installiert, aber dazu kommen wir gleich Ich werde euch erstmal kurz das Intro genießen lassen Und mal, und das wird ein wahrer Segen für euch sein Die Klappe halten Nicht einmal die Gäste Die Götter wissen, was das Schicksal für uns bereithält Du wirst zurückkehren, aber du wirst keine Ruhe finden Ein einzelner Gefangener hatte das Schicksal von Hunderten geändert Dunkelheit, sieh zu das Land, das Böse wird triumphieren, mutige Gefährten, du wirst eine Wahl treffen Belia hat mich erwählt und ich habe seine Macht in mir aufgenommen Der König wird den Krieg gegen die Orks verlieren Was ist hier passiert? Ich habe ein echt mieses Gefühl, letzter Scheiß Dieses Land wird auf alle Zeit den Orks gehören Bald wird auch der letzte Mora sein Haupt vor mir neigen Und ich kann Erde über dieses Land herrschen Sie sind bloß Würmer, die wir zertreten müssen Sie sind nicht wie die Krieger von Nordmar, die sich uns immer mit Ehre gestellt haben Jetzt sind wir die Herren hier Nichts Kommt Glaubst du wirklich? Verdammt Was ist da draußen eigentlich los? Mein König, immer noch keine Nachricht über das Schiff Die Orks stehen vor dem inneren Ring Dann haben wir keine Wahl Inos führt uns in den Kampf gegen die Dunkelheit svse Wie wird das? Ja überhaupt nicht Ich muss nicht Ich werde das? Wir können inte Wir können nicht Binsch So Ich muss pinken. Ich weiß mal nicht alles. Was soll das alles bedeuten? Scheiße. Du siehst kräftig aus. Sarda ist heute angeordnet, dass alle Maurer zu den Grabungen gebracht werden. Und ihr seht mir aus wie Maurers. Nur ein toter Ork ist ein guter Ork. Und verwerft euch. Lass uns Orks jagen. Auf sie! Ja, und schon sind wir drin. Ich nehme mal kurz diese Tipps hier weg. Weil lustigerweise das Spiel deswegen gar nicht stoppt. Ja, schön. Ich habe einen Trag gezogen. Ich freue mich ganz toll. So, und hier sehen wir schon. Ein Menschendorf, in dem Orks ihr Unwesen treiben. Da wir ja naturgemäß nicht besonders gut auf Orks zu sprechen sind, würde ich mal sagen, wir helfen den Herren Menschen hier mal. Mit unserem unglaublich faszinierenden Kampfstil. Bist du schon tot? Du bist noch nicht tot. Und mein Ziel momentan ist es, möglichst viel von diesen Orks zu töten. Also auch selbst den letzten Streich durchzuführen. Weil nur dann bekommen wir, glaube ich, die Erfahrung. Na komm. Mist, 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 Mist. Mist. Und schon habe ich die Erfahrung nicht bekommen von diesen Herren. Unangenehm. Nehmen wir jetzt also diesen Sklavenweger nochmal zur Hand. Der überweise seinen Sklaven getötet hat und sich deswegen komplett auf mich konzentrieren kann. Das ist sehr, sehr schlecht. Na komm, mach was. Ja. Wie immer ist das selbe Prinzip. Ich decke mit der rechten Maustaste. Ich greife mit der linken Maustaste an. Wisst, oh, 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 oh. Und er hat mich wieder gerungen. Das war früher in Gothic 1 und Gothic 2 auch nicht möglich. Wir sehen übrigens jetzt rechts unten am Bildschirmrand drei verschiedene Balken. Der obere Balken ist mein Lebensbalken. Der untere Balken ist ein Mana-Balken. Und der mittlere Balken, den kannte man vorher nicht, ist mein Ausdauer-Bike. Ich nehme kurz mal einen Trank aus der Schnellstartleiste, die wir vorher auch nicht so richtig kannten. Zumindest nicht so angezeigt. Und ich muss mich definitiv mal kurz daran gewöhnen. Oba da. Wer schießt doch auf mich. Ach, die Armblust schützen. Wie gemein. Hallo, kann man über den anderen wieder angreifen? Das ist ja, der sich auf den konzentriert. Okay, das hat ja super funktionierende Entdeckung. Ja. Ah, du bist noch nicht tot. Du bist noch nicht tot. Mist. Jetzt du. So macht man das. Puh, und jetzt muss ich wieder zurückziehen und einen weiteren Trank trinken. Und ich muss mich erst wieder dran gewöhnen. Habe ich das schon gesagt? Ich weiß es nicht. Dass ich, äh, jetzt so ein Bildschirm jedes Mal habe. Wenn ich irgendwie verwundet bin, da ist er sozusagen sowieso grau unterlegt, beziehungsweise alles kontrastärmer. Und dass, äh, er halt stehen bleibt, wenn er Tränke trinkt. Na komm. Puh, das war der wichtigste. 120 Erfahrungen nur für den Chef hier. Prakatz, oder wie er hieß. Den Kundschaft habe ich auch noch erledigen. Habe ich nicht gemacht. Schön. Den Speer. Der habe ich mittlerweile auf dem Kikao. Es sind drei Leute. Soweit ich weiß, können meine Freunde, das heißt die Gruppe, mit der ich angetreten bin, können gar nicht, äh, sterben. Aber, alle anderen können sterben hier. Unter anderem natürlich ich. Hier ist Diego, wie er tapfer kämpft und wie die Orks tapfer ignorieren. Das ist ganz wundervoll. Und ihr merkt auch schon, am Anfang des Spiels sind wir gar nicht mal so extrem schwach, wie in Gothic 1 und Gothic 2 noch. Da ist meine Orks auch richtige Plage. Ich würde sagen, ich renne mal kurz ein Stückchen weg. Äh, wollen wir mich schneller rennen? Nein, so nicht. Nein, ich bleibes nicht, ich bleibes nicht. Ich bleibes nicht bekloppt. Lass dich bloß in Ruhe. Los, geht weg, geht weg, geht weg. Oh, 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 Scappager. Okay. Ganz toll. Der eine schießt auf mich, während der andere verfolgt. Ist natürlich ganz großes Kino. Ja, wie gesagt, wir sind diesmal nicht ganz so schwach, wie schon in den ersten beiden Teilen, sondern können mittlerweile tatsächlich mit Orks fertig werden, wenn es auch nur einzelne Orks sind und, äh, auch das noch ziemlich gefährlich ist. Ich will mal sagen, wir helfen kurz mal Gorn, auf das der uns dann später helfen kann. Diesen Pferden lesen hier, Leser hier zu töten. Ich will auch prompt die Erfahrung kriegen. So, jetzt kann Gorn uns helfen, was er nicht tut. Dankeschön. Während Prakkers Leibwache weiterhin auf uns einprügelt. Ach, wie schön. Wer bist du? Ein Speer. Der Speer liegt am Boden. Und wir sind auch schon wieder fast tot. Ach, ist das schön. Was für ein Leben. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Nein. Ich wollte doch nicht sterben. Mein Gott, ich sterbe in der ersten Folge schon. Ist das traurig. Na gut. Und wie, äh, Neuankömmelige in diesem... Oh. Oh nein, ich sterbe doch gar nicht. Wie Neuankömmelige in diesem jetzt Play auch schon... Ja, aber ich hab kein Schwert. Ich krieg eigentlich zu viel. Äh, auch schon feststellen werden. Ich habe... ...relativ wenig, äh... ...Ambitionen, der beste Spieler der Welt zu sein. Jetzt nehmen wir kurz den Bogen. Jaja, ich mach mal den, äh, Bogen. Und die Tipps ignorier ich kurz mal, genau. So. Der Bogen ist nämlich jetzt auch anders. Wir haben jetzt hier, wenn wir gedrückt halten, haben wir die Möglichkeit, äh, einen stärkeren Schuss abzufeuern. Und haben auch dieses komische Dreieck hier, was jetzt hier unten zählt. Und mittlerweile gibt es, glaube ich, auch einen, einen, einen Pfeilbogen. Das heißt, er zählt nicht mehr automatisch. Nein. Äh, warte mal. Sondern... Ich muss schon relativ gezielt zielen. Und ich kann, glaube ich, auch... Es gibt, glaube ich, auch so eine Art Headshots. Äh... Jetzt baller ich mal so ab und zu den Kampf rein. In der Hoffnung, dass ich den Leuten ein bisschen helfen kann hier. Aber ich würde ehrlich sagen, ich besorge mir mal möglichst schnell. Einfach eine Waffe. Das heißt, dich nehme ich kurz weg. Nehme wieder einen Trank. Und ich würde ganz gerne mein Schwert wiederhaben, weil mit dem kann ich mir ein bisschen mehr austeilen. Wo ist denn mein wunderschönes Schwert? Orgschlechter, ist es doch. Komm. Und dann brauche ich den verdammten Späler langsam mal kaputt, während er mich irgendwie mal beschießt, die mit Armbrustbolzen. Die haben mich auf den Kicker. Das ist nicht gut. Helfen wir also erstmal... Äh... Wie ist das? Diego? Um Prakats Life-Wache endlich mal zu töten. Wie eine weitere von Prakats Life-Wache. Autsch. Mich mal eben so... Erkaut. Ich wollte eigentlich nicht unbedingt alle Tränke jetzt gerade verbrauchen. Na komm, dich kriegen wir jetzt schon kaputt. Oder du kriegst mich kaputt. Bin ich jetzt wirklich tot? Nein? Ach stimmt, ich bin nur ohnmächtig. Das heißt, ich liege hier ein bisschen rum. Guck mir die Gegend an. Nimm mir den Orgschlechter wieder auf. Und hau hoffentlich die verdammte Leibwache mal kaputt. Und bin wieder ohnmächtig. Ach mein Gott, bin ich super. Das Schöne ist, dass er mich nicht ignoriert oder mich auch nicht erledigt scheinbar. Das wusste ich gar nicht. Ich dachte, man kann hier wirklich richtig... äh... Dumm zu Tode kommen. Level up! Das war sozusagen mein Ziel. Jetzt werde ich kurz mal hier hinter der Palisade verschwinden, damit er mich die ganze Zeit irgendwie beballern kann. Macht ja auch gar nichts. Dann ballert Diego scheinbar. Deswegen schlachte ich kurz mal ab. renne zu Gorn und helfe auch ihm. Dem Schützen hier. Dann nervt er schon so ein bisschen. Er ist die ganze Zeit beballert. Ja, komm, Gorn. Wunderbar. Ja, und schon wieder habe ich irgendwas geschafft. Die Orks sind besiegt. Ach, verdammt, das hätte ich lesen sollen. Ruf bei den Rebellen. Plus zwei. Und jede Menge Erfahrung. Jetzt rennen die Leute weg. Und ich beginne die ganzen Leute hier zu looten. Weil das ist ganz schön viel Krepp, den man hier mitnehmen kann. Und der ist auch ganz schön viel wert. So, was haben wir denn hier? Wir haben... Ja, erstmal eine Triumphmusik. Triumph, Triumph. Ja, wir haben 19 lange Pfeile, 19 Bolzen, eine Armbrust, eine Rockarmbrust sogar, einen Schnaps, zwei Heilwurzeln und 28 Münzen. Und wie ihr wahrscheinlich schon seht, hat sich zu Gothic 2 oder von Gothic 2 aus so einiges geändert. Was haben wir hier? Wir haben einmal Wasser und einmal eine gebratene Fleischwanze, nehmen wir doch gerne mit. Die gibt es also noch. Kundschafter. Wir haben wieder drei Heilwurzeln und einen Schnaps. Das Inventar hat sich geändert. Alles hat sich letztendlich geändert. Ah, dazu kommen wir dann, wenn es so weit ist. Xardas? Red Ork? Was ist passiert, bevor wir eintrafen? Was hat Xardas mit den Orks zu schaffen? Was ist denn Red Ork? Ja, Ende. Und wir drehen uns auch mal die ganze Zeit, während wir hier im Gespräch sind. Das habe ich total vergessen und... ...wenn ein bisschen schlecht werden, glaube ich, wenn das längere Zeit gehen würde. Aber teilt mal an, alles wieder gut. So, okay. Was ist passiert, bevor wir eintrafen? Was ist passiert, bevor wir eintrafen? Die Orks suchen immer nach neuen Sklaven. Adea war bis vor kurzem noch frei. Frei von Orks. Aber leider auch frei von Rebellen. Die Orks kamen einfach her und haben das Kommando übernommen. Danach begann die Selektion. Arbeitsfähige Bauern, Schmiede, Alchemisten und einfache Bewohner wollten sie mitnehmen. Okay, das war offensichtlich eine weitere Gesprächsoption, die mit dem Quest-Paket oder der Content-Mod oder dem Gothic-3-Patch, den Patch, glaube ich, nicht, draufgekommen sind. Und wir haben ganz deutlich gemerkt, das waren nicht die Originalstimmen. Denn wir kennen ja aus Gothic-1 und Gothic-2, alle Sprecher in der Gothic-Welt haben ja immer so solche kerligen Stimmen. Unter anderem auch der Held. Und der hat mich jetzt gerade etwas verwirrt, indem er mit einer normalen Stimme eines jungen Mannes offensichtlich antwortete. Äh, antwortete, okay. Wohin bringen sie die Sklaven? Wohin bringen sie die Sklaven? Meistens zu alten Tempeln, Ruinen oder zu den Minen. Eigentlich immer dorthin, wo man mit einer Schaufel, Spitzhacke oder Hammer etwas freilegen kann. Suchen die Orks etwas? Wer weiß, vielleicht nach vergrabenen Schätzen? Da kann ich dir leider nicht weiterhelfen. Aber in Redog wirst du vielleicht die ein oder andere Antwort erhalten. Dann soll ich wohl nach Redog gehen, was? Äh, was ist das für eine Rolle da? Du zeigst es in deiner Tasche. Äh, dazu kommen wir gleich her. Was ist denn Redog? Was ist denn Redog? Entschuldigt, die andere Stimme wäre da. Es ist mitten im Wald. Dort gibt es Wölfe. Mit Wölfen werde ich fertig. Naja. Ja, aber die Biester sind verdammt aggressiv. Außerdem wirst du es alleine nicht finden. Ich glaube, dein Kumpel Gorn weiß, wo es ist. Du solltest mal mit ihm reden. Warum sollte Gorn eigentlich wissen, wo das ist? Ich meine, gut, vielleicht kommt er von dir. Das kann ja auch sein. Okay, was hat Xardas mit den Orks zu schaffen? Das ist eine gute Frage. Was hat Xardas mit den Orks zu schaffen? Was ist denn mit dir los? Warst du die letzten Wochen nicht hier? Nein, war ich nicht. Xardas ist der Anführer der Orks. Er hat uns alle verraten. Was weißt du noch über Xardas? Er hat die Runenmagie zerstört, dieser verdammte Ruchensohn. Ohne ihre Magie hatten die Paladine und Feuermagier keine Chance mehr gegen die Horden der Orks. Hm, das stimmt natürlich etwas nachdenklich, denn Xardas hat ja immer seine eigene Rolle gespielt. Das mag durchaus sein. Aber er hat sich eigentlich nie wirklich auf die Seite der Orks gestellt. Na gut. Okay, was soll ich den Rebellen sagen? Was soll ich den Rebellen sagen? Sag ihrem Anführer, dass er Leute schicken soll. Alleine haben wir keine Chance. Jetzt stecken wir mit in der Scheiße. Okay. Und was ist das für eine Rolle da? Du zeigst in deine Tasche. Was ist das für eine Rolle da? Welche? Ach, die. Die habe ich dem Anführer der Orks abgenommen. Braggaz hat kurz nicht aufgepasst. Sie muss wohl beim Kampf hochgerutscht sein. Du hast ihn bestohlen? Er hat mehrmals in die Rolle geschaut und seine Stirn gerunzelt. Dann schaut er durch die Reihen der Sklaven. Es schien so, als ob er jemanden suchen würde. Normalerweise tue ich so etwas nicht. Das sagt jeder die. Natürlich nicht. Aber dann hatte ich zugegriffen. Er hat sie hier auf den Tisch gelegt. Als der Kampf begann, habe ich sie eingesteckt. Okay, kann ich die Schriftrolle vielleicht mal sehen? Dann kann ich die Schriftrolle mal sehen. Jetzt will ich sie erst mal lesen. Ja, dann mach halt. Sogar mit Siegel, ah? Ach du Scheiße. Was ist los? Wir müssen wohl überall Orks herumlaufen. Xardas persönlich hat angeordnet, dass das Ostufer erobert werden soll. Zeig her. Hier, nimm sie. Hoffentlich kommen nicht noch mehr Orks. Dann werden sie uns alle töten. Alles wird gut. Das glaubst du doch selber nicht. Ja, das weiß ich gar nicht, ob ich das glaube. So, ich drück mal I. Alle Gegenstände, die aufgenommen werden, landen im Inventar. Ach, wisst ihr, was? Keine Tipps mehr anzeigen. Das ist alles nur Geblubber. Das kann ich euch auch erzählen. Hoffe ich zumindest. Und wenn ich, finden wir es gemeinsam raus. So, wir haben hier ein neues Inventar. Genau. Wir haben hier jetzt alles gegliedert. In Waffen, Rüstungen, alle möglichen Schriftdinger. Also Zauber, soweit ich weiß. Magische Gegenstände. Genau. Tränke und Nahrung. Das ist wahrscheinlich das, wo wir immer noch eine gewisse Ordnung brauchen werden. Und wahrscheinlich niemals erhalten werden, aber egal. Und sonstiges. Ja. Ich hätte eigentlich erwartet, dass jetzt irgendwo die Schrift auftaucht. Durch die hier vielleicht irgendwie. Ja, alle Missionen. Finde Xardas. Und es ist hier ähnlich wie bei Risen, dass einfach nur die Gesprächsoptionen, also nicht die Gespräche an sich angezeigt wurden. Und weniger sozusagen, was wir tun sollen. Obwohl natürlich der Hauptquest immer noch heißt Finde Xardas. Hier ist das relativ klar. Xardas befehlt schreiben. Was ich ganz gerne mal lesen würde. Sprich mir die Anführer der Rebellen und Reddog. Das ist okay. Xardas befehlt schreiben. Kann ich vielleicht mal lesen. Wo ist denn das? Das ist hier die Karte. Schriftstücke. Ah. Wie gesagt, ich muss euch selbst wieder reinfinden hier. Ich habe bis vor einer Woche noch Risen gespielt. Mal kurz. Von daher ist das noch ein bisschen anders wie mich. Okay. Aber oben hat das Ostufer. An alle Anführer der Orkschen Horde. Die Men... Hallo? Ah, okay. An alle Anführer der Orkschen Horde. Die Menschen des Festlandes sind schwach. Doch werden nicht alle Menschen ohne Wehr vor euch knien. Es werden erfahrene Streiter in uns über das Meer kommen. In Zweifel an eurer Macht. Ja, an eurer Herrschaft. Dass eure Elitekrieger mit der Armee der Menschen fertig werden, habt ihr zu Genüge bewiesen. Doch sind die Kämpfer noch weitaus stärkere und entschlossenere. Denn sie werden von einem Gott geleitet. Aus diesem Grund fordere ich euch auf, sichert alle Gebiete am Ostufer. Keine Stadt, kein Bauernhof, kein Waldgebiet darf noch unter der Kontrolle von Menschen stehen. Gebt den Seglern keinen Grund zur Freude. Okay. Das ist ja ein richtig fröhlicher Mensch der, lieber Xalas. Zumindest geworden. Das haben wir hier noch. Genau, wir haben jetzt hier... Vielleicht ein bisschen erstmal sozusagen das Menü erklären und das Interface, an dem wir hier arbeiten. So, wir haben hier jetzt sozusagen unser Charaktersystem. Wollen wir das auch so sehen, dass das Charaktersystem ist? Nein. Hier haben wir die Magie, Magie der Herrschaft, da haben wir die Beschwörungsmagie, da haben wir die Wandlungsmagie. Das ist sozusagen also praktisch einfach der Magie-Screen. Wenn wir Magier werden wollen, können wir sozusagen hier ablesen, was wir denn alles so für interessante Sprüche irgendwann mal lernen können. Wandlungsmagie meinetwegen hier Zähmen für Tiere, Eisexplosion, Eiswelle, Tiergestalt. Das ist eher so eine Art Mischung aus Druinen und Eiszauberer. Habe ich übrigens erstmal Gothling 3-Durchspiel gespielt, einen Eiszauberer. War sehr interessant, Wassermagier. Jetzt kommen wir zum meiner Meinung nach etwas wichtigeren Teil, unseren Talentscreen sozusagen. Wir haben hier einmal die Erfahrung, Stufe 1, Erfahrung 1260, nächste Stufe 1500, es fehlen also 240 Erfahrungspunkte. Wir haben jetzt schon 10 Lernpunkte, das war mir wichtig, die gleich zu bekommen beim ersten Kampf, weil 10 Lernpunkte am Anfang sind eine Menge wert. Wir haben 100 Stärke, 100 Jagdgeschick, Altes Wissen 0, Schmiedekunst 10, Liebeskunst 10, Alchemie 10, Lebensenergie 30 von 200. Das ist leider etwas wenig, deswegen haben wir diesen wunderschönen roten Rahmen hier, wie bei neueren Spielen. Ausdauer 150 von 150, ein Wert, auf den ich in großen Grenzen pfeifen werde das ganze Spiel über, weil, ja, hat glaube ich nicht so unglaublich weiter große Auswirkungen, außer dass man ab und zu mal den Kampf braucht oder man halt nicht ganz so lange sprinten kann, soweit ich weiß. Mana 100 von 100, das heißt, wir starten nicht wieder mit, ich glaube, 5 oder 10 Mana, was man in Grafik 1 oder Grafik 2 hatte. So, Rüstungsschutz vor Klingen, Zerschmettern, Geschossen, Feuer, Eis und Energie, das Übliche sozusagen, wie auch bei den ersten beiden Teilen. Jetzt kommen wir zu den Kampftalenten. So, wir haben hier Schwertkämpfer in 3 Stufen, dazu noch Kampf mit Zweiklingen in 2 Stufen, Meister der Zweiklingen. Dann haben wir Ork-Töter, etwas, was wir schon erlangt haben. Der Held macht zusätzlich einen Nahkampfschaden gegen Orks. Axt, benötigte Stärke, 150, haben wir die schon? Nein. Äh, Nahkampfschaden gegen, ups, ah ja, Talent, große Waffen, wunderbar. Dann haben wir noch Äxte, also, was man mit Äxt bezeichnet, ist einfach nur große Waffen, das heißt, der Held kann in 2 Kampfe, große Waffen wie Streitechsen, 2 Händer führen. Ja, Armbrüste haben wir natürlich noch, das Äquivalente zu Bögen haben wir auch noch, Schilde haben wir, die Panadienrüstung, braucht man ein eigenes Talent, um sie zu tragen, ebenso Regeneration, das ist etwas, was wir relativ spät bekommen werden. Da, äh, da regeneriert sich letztendlich einfach mal so unsere Lebensenergie mit der Zeit, was ganz nützlich sein kann. So, Jagdtalente und sowas alles, werde ich euch alles mal später erklären. Erstmal würde ich sagen, wir machen kurz einen kleinen Schnitt und sehen uns danach mal im Dorf um, was es hier so gibt. Bis gleich.